Kapitel 1, Übung B3. Hören und lesen Sie die Informationen. Deutschland hat 82,4 Millionen Einwohner und 16 Bundesländer. Die Hauptstadt ist Berlin. In Deutschland spricht man nur eine Amtssprache, Deutsch. Die drei größten Städte sind Berlin, Hamburg und München. Seit 1871 ist Deutschland ein Nationalstaat. Sehr wichtig für Deutschland ist die deutsche Wiedervereinigung 1990. Österreich hat 8,2 Millionen Einwohner und neun Bundesländer. Die Hauptstadt ist Wien. In Wien wohnen 1,5 Millionen Menschen. Österreich hat eine Amtssprache, Deutsch und drei Regionalsprachen, Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch. Seit 1918 ist Österreich eine Republik. Die Schweiz ist über 800 Jahre alt. Sie hat 26 Kantone und 7,5 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Bern. Die Schweiz hat vier Amtssprachen. Etwa 70 Prozent der Einwohner sprechen Deutsch. Etwa 20 Prozent Französisch. Etwa 10 Prozent Italienisch. Und 1 Prozent spricht Rätoromanisch. Und wie ich es scht's'siisch war vor hat. Vielen Dank.